das ist keine finanzberatung nur meine persönliche meinung und nein ich bin kein anlageberater ja heute kommt nicht nur news heute werde ich auch weil es waren einige die mir ein video gezeigt haben immer das gleiche wo jemand ein großer youtuber leider sehr schlecht über ripple und den xrp ledger oder falsch informiert ist über den xrp ledger sage ich mal so geredet hat und das möchte ich bitte aufklären weil ja wie soll ich das sagen wenn sich das neue leute angucken die glauben solchen leuten dann und das ist ich zeige euch auch warum ich deswegen in der öffentlichkeit gekommen bin besonders hier mit xrp natürlich weil die technologie auch von großen youtuber irgendwie immer noch nicht richtig verstanden wird oder sie mittlerweile meinen sie können das gerne schlecht machen was dann leider auch der unwahrheit ist was die dann da eben halt von sich geben aber nicht desto trotz schauen wir uns mal auf den markt der markt sieht eigentlich halbwegs vernünftig aus muss man ganz ehrlich sagen in nichts gravierendes schauen wir mal was noch ist so bringt naja gut was heißt gravierende 2,77 prozent bei okb ist natürlich auch schon nicht schlecht aber wie gesagt unser shit kann hält sich halbwegs stabil noch und leicht im aufwärtstrend aber das kann sich auch schnell natürlich wieder ändern sonst naja gut durchwachsen sag ich mal der markt ist einfach ein bisschen durchwachsen aber fangen wir mal an erst mal habe ich wieder was für unseren kleinen noch größeren shitcoin als xrp natürlich luna classic luna classic ein dollar teraclassik validator verspricht 100 prozent provision zu verbrennen classis swear der netzwerk validator von teraclassik will 100 prozent einer provision bis zum jahresende vernichten und drängt andere sich erneut an der wirkungsvollen luna classic burn mission zu beteiligen ist natürlich was schönes muss man ganz ehrlich sagen wenn das mehrere machen würden dann ja warum nicht luna classic community reagiert wie erwartet stieß diese entwicklung bei der luna classic armee auf gemischte reaktionen viele community mitglieder loben denn den schritt jedoch und brachten ihre bereitschaft zum ausdruck sich an classis wäre zu beteiligen insbesondere brach versprach ein community mitglied mit dem validator zu partizipieren er argumentierte dass weitere ultra aktive initiativen erforderlich seien wenn luna classic die den begehrten preis von 1 us dollar erreicht ja da warten wir mal ab ne wollen ja auch in den us dollar wieder sich koppeln classic stimmt dem zu und fügte hinzu dass das projekt die einbindung weitere layer one entwicklung erfordert um den dollar wert von luna classic zu steigern während einige behaupten dass casey classic nur versucht die stimmen macht seines validators zu erhöhen ist anzumerken dass der validator zuvor 100 prozent seiner provision verbrannt hatte also es geht weiter es geht einfach weiter und schauen wir mal was dieses projekt tatsächlich bringt ob es ein dollar bringt bis zum nächsten bullen markt ist natürlich wünschenswert aber ob das tatsächlich kommt werden wir sehen auf jeden fall es geht weiter mit der verbrennung so die asien cluing union strebt eine lokale abwicklung an um die abhängigkeit von us dollar zu verringern neben der end dollar risierungs erzählung ist es interessant die mit die mitglieder zu beachten zu den boutons cbdcs mit rüppel haben sie ja zusammen fertig gemacht und die verwendung von nr gehören würde da muss man zu sagen es ist schon geil ne brick staaten und asien noch dazu mit rüppel technologie ist so ein kleiner hinweis von daher es könnte wirklich richtig richtig geil werden soviel dazu dass die brick staaten natürlich ja gar kein rüppel technologie weil es aus den usa kommt verwenden werden das ist völliger schwachsinn rüppel versus ss das einfrieren des treuhandkontos ist für xrp angemessen sagt rechtsexperte es sind nicht die zwei die wir sonst immer haben aber die bringe ich ja schon gar nicht mehr in der aktuellen diskussion über den laufenden rechtsstreit zwischen rüppel und der ssb börsenaufsichtsbehörde ssb der us börsenaufsichtsbehörde ssb hat der ehemalige anwalt und ehemalige ssb direktor in san francisco mark fagel seine zustimmung zu einer umstrittenen meinung eines mitgliedes der xrp community zum ausdruck gebracht der schwerpunkt der diskussion liegt auf dem gewünschten ergebnis im fall der ssc gegen rüppel die debatte wurde durch einen tweet der eines xrp community mitglieds einfach der sein traumszenario für den fall teilte sie schlugen vor gegen rüppel eine geldstrafe zu verhängen und den großteil des treuandkontos an die ssc zu übergeben das ist natürlich der größte schwachsinn wenn an zentralbanken okay aber an die ssc alter schwede und dauerhaft wegzusperren sie schlugen jedoch vor künftig alle im umlauf befindlichen xrp als ware einzustufen darauf antwortete fagel klingt vernünftig genug womit er seine übereinstimmung mit diesem standpunkt zum ausdruck brachte die diskussion gewann an dynamik nachdem die ssc als reaktion auf den antrag von coinbase kürzlich ihren rechtstheorie zur sekundärmarktverkäufen weiterentwickelte unter berufung auf rechtliche präzedenzfälle argumentierte die ssc dass sich die wirtschaftliche realität einer transaktion mit den einem crypto asset wertpapier nicht allein dadurch geändert dass es auf einer handelsplattform wie coinbase verfügbar ist in bezug auf die erklärung der ssc brachte fagel seine persönliche überzeugung zum ausdruck dass sie mit der politik und absicht der wertpapier gesetze übereinstimmt er räumte jedoch ein dass es ungewiss sei ob dies durch rechtliche präzedenzfälle gestützt werde fagel betonte die komplexität der feststellung ob aufeinander folgenden verkäufe eines tokens coins wertpapiere beinhaltet insbesondere wenn man den nutzen eines tokens coins und die mögliche veränderung im laufe der zeit berücksichtigt ja also es ist ja wirklich so der rechtsstreit ist auch noch interessant wegen dem escrow ich um den treuhandkonto von ripple was damit passiert ich bin ja auch davon überzeugt da muss es eine lösung eben halt geben die frage ist nur welche für mich ist ganz klar entweder biz kriegt alles oder eben so wird gerecht verteilt auf die zentralbanken oder eben halt dass die in das gremium mit reinkommen und mitbestimmen dürfen dann so kryptowale haben kürzlich 1,1 milliarden xrp im wert von 570 millionen us dollar gekauft was ist die bedeutung naja gut die bedeutung ist ganz einfach man könnte davon ausgehen dass irgendwas großes jetzt in nächster zeit passiert sonst würden die nicht so eine kleine summe die wir alle mal im portemonnaie haben mal ebenso investieren in xrp weil gerade xrp wissen wer ist ja ein shitcoin und daher könnte es sein dass sie jetzt diesen monat höchstwahrscheinlich etwas bei der ssc wird wohl durchgesickert ist wo was bedeutet dass sie wahrscheinlich den prozess öffentlich jetzt zu ende führen könnte zum beispiel sein oder vielleicht wegen fettner das vielleicht die us zentralbank tatsächlich irgendwie was durchsickern gelassen hat nicht wie am samstag der bericht ist nämlich fake gewesen sondern dass sie tatsächlich wohl ripple technologie einsetzen offiziell aber nichtsdestotrotz müssen wir ja mal warten es könnte einiges sein so jetzt kommen wir leider auch zu dem video ich möchte diesen youtuber auch nicht schlecht machen aber trotzdem er hat 84.400 abonnenten und er hat natürlich eine reichweite und es ist leider falsch was er da gebracht hat deswegen starten wir einfach mal ich ziehe mir noch meine mickey moos kopfhörer auf deswegen ich zeige gleich wieso damit ich auch was höre und starten wir es einfach übertragung an dieser stelle möchte ich allerdings ganz kurz einmal einwerfen die technologie die ripple mit dem xrp ledger aufbaut ist natürlich krass erstens unterstützen sie allerdings damit natürlich digitale zahlungen in bezug auf cbdc's dafür haben sie sogar ein eigenes team und zweitens darf man nicht vergessen dass der xrp ledger auch ohne den xrp token funktioniert erst mal das ist schwachsinn der xrp ledger kann ohne den xrp coin es ist ein coin und kein token aber gut das ist eben halt so kann er gar nicht funktionieren er funktioniert nur mit xrp mit nichts anderes da kannst du bitcoin hinschicken da sagt der xrp ledger auch hier wird deutlich damit der kann nur in verbindung mit xrp funktionieren beweis ja ich weiß nicht ob ihr das seht zum beispiel vier zahlungen xrp euro xrp us-dollar stable coins xrp usdt könnt ihr alle gucken mache ich euch hier rein könnt ihr alle nachschauen auf der liste das ist die direkte verbindung zum xrp ledger visuell und da ist nichts von wegen usdt da immer in verbindung nur mit xrp genauso wie hier die fiat und später wenn das cbdcs meinetwegen sein es ist trotzdem immer das gleiche nur mit xrp zusammen und nicht alleine das geht gar nicht man somit eben auch andere token über den xrp ledger laufen lassen könnte um damit eben zahlung evm sidechain läuft auch nur in verbindung mit dem xrp ledger also rc20 token von ethereum können nur mit xrp über den xrp ledger laufen nichts anderes zu symbolisieren beziehungsweise zu ermöglichen es ist also nicht hundertprozentig notwendig dass banken die vielleicht mit dem xrp ledger in zukunft zusammenarbeiten banken arbeiten nie niemals mit dem xrp ledger zusammen die arbeiten mit odl zusammen und der ist mit dem xrp ledger verbunden aber banken werden nie den xrp ledger anfassen sie fassen nur das odl system an xrp token kaufen und diese dann für transaktionen nutzen so banken kaufen keine xrp coins das macht odl für sie sprich über den xrp ledger banken fassen xrp so gesehen gar nicht direkt an das macht nur das system was sie verwenden wie es leider von sehr sehr vielen youtuber kommuniziert wird und wo wir gerade den zusammen seht ihr ich rede nur bullshit ich rede wirklich nur bullshit da müssen wir nochmal hören das wollte ich nur einfach mal klarstellen weil es geht mir darum nicht ihn schlecht zu machen nein er hat ja auch seine stärken sage ich mal ich habe mir früher auch hin und wieder angeguckt aber da ist genau der grund warum ich eben halt bei twitch bilden bei youtube bin bei telegram bei twitter bei instagram mittlerweile auch obwohl das ein bisschen eingeschlafen ist aber genau deswegen bin ich da um die leute aufzuklären und nicht zu sagen von wegen alles misst das ist meine haupt aufgabe im endeffekt kann man so sagen oder für mich wenigstens so jack bauer na poppe grüß dich mein schatz bis auch mal wieder da broker guten tag bambam der große mahlzeit zweiter tremmer hey hey na du da xrpoly moin moin qualmes hallo an alle ich grüße euch natürlich auch alle ich grüße dich im sie muss grüß dich im sie maximus hallo aus der punkt punkt spätschicht und ich wünsche euch allen einen tollen tag wünsche ich dir auch auch wenn du leider jetzt noch ein bisschen buckeln muss ottohan moin moin die bande inkommen heute mal live erwischt hallo schön am bamm der große misst zu langsam getippt ja huber hallo mc schöne grüße für alle aus berlin rob rob grüße aus dem lkw an die runde diesmal ohne so ok johannes heu semmer ab in eine neue woche mit viel witz und spannenden news von mc mit seinen anhängern naja weiß nicht moment ist ziemlich lahm alarm die news muss ich ganz ehrlich sagen also es kommt nicht viel neokrypto hallo macello grüß aus berlin mr x stern grüße habe ich das richtig verstanden terra ein dollar nehme ich mit ja das ist natürlich das wunsch ziel aber dazu muss terra luna auch wirklich auf eine milliarde coins runtergebrannt werden es kommt tatsächlich im moment nur auf die verbrennung an natürlich wenn sie mehr systeme darüber starten kurbelt es natürlich die verbrennung an q3 soll ja tatsächlich so weit sein dass sie luna classic auch an den dollar wieder koppeln wollen ob sie das hinkriegen muss man abwarten mike grüßte ich meine reiseberater und tim sharing freunde ich habe heute mal eine tolle nachricht für dich war am samstag mit meiner mama und habe deinen stream nachgeschaut meine mama meinte nur das ist aber ein feiner anständiger herr im computer dankeschön kannst du deine mama schön grüßen wenn ich sehr nett und diese angenehme stimme die der hat ich haute mich fast weg vor lachen hast auf jeden fall ein fan mehr und das beste kommt noch sie investiert nun auch in xrp acht du scheinbar einer mehr der den ich ruiniere nein aber grüß mal schön deine mama das ist wirklich sehr sehr lieb von ihr gewesen aber muss ich auch keine sorgen machen ich hau euch nicht übers ohr mit meiner sanften dunklen stimme ich bringe euch alle nur schön zum schlafen wie immer mike ich labere sie seit sechs monaten voll und zehn minuten live stream mit dir reichen anscheinend sie ist überzeugt dass sie ist überzeugt ist doch ein schönes kompliment und grüße auch von ihr ab jetzt sie guckt dich auf youtube nach müsste alles einstellen dass sie dich findet okay dankeschön dankeschön das ist ja klasse dann grüße ich deine mama natürlich die wird sich sicherlich dass dann später auch angucken 23 ach ich bin schon wieder so wütend kann nix gegen machen habe 200 plus bald naja ist doch gut warum bist du dann wütend wenn ich 200 plus hätte ist doch alles im grünen brei 23 naja 500 millionen ist jetzt noch so viel oder ist jetzt nicht so viel naja du musst ja mal bedenken wenn die wale einkaufen ist es im endeffekt immer ein gutes zeichen weil sie etwas erwarten oder schon im hintergrund irgendwas wissen 23 bei fünf milliarden würde ich augen machen naja aber wenn du mal eben für 500 millionen fast einkaufst ich weiß ja nicht ob du das in deinem portemonnaie hast also ich nicht johannes wenn ich nur noch 570 millionen dollar in meinem geldbeutel hätte müsste ich press auf die bank gehen und meinen geldbeutel richtig auffüllen mc ist sehr sauer er denkt sich was für keck welche stärke wie gesagt ich möchte niemanden schlecht machen aber wenn jemand mit so einer reichweite kommt auf youtube oder sonst irgendwo mit so einer reichweite und dann leider ich sag ich bin ja ein höflicher mensch blocky greife ich ja auch nicht mehr an und dann den leuten das so schlecht erzählt was gar nicht stimmt da muss ich mich melden es tut mir leid robin kann sich auch gerne bei mir melden dann unterhalten wir uns auch gerne auf telegramm auf twitter es gibt genug möglichkeiten sich bei mir zu melden und ich bin ja auch bereit mich mit ihm auszutauschen da hätte ich auch überhaupt kein problem mit ich würde es auch geil finden wenn er sich dann dahin stellt und sagt ich scheiße du hattest recht das ist mist was ich erzählt habe das würde größe zeigen wenn man seinen fehler mal selber eingesteht es ist ja auch nicht verkehr ich rede wahrscheinlich auch hin und wieder mist und wenn jemand mich korrigiert sage ich auch egal danke clemens moin moin friedel grüß dich alex moin fermi hast du auch gehört dass xrp auf einer börse auf null gegangen sein soll ja auf polynex war das das war aber wahrscheinlich ein börsen fehler weil wenn der wenn es nur eine börse ist dann ist ein systemfehler wahrscheinlich gewesen auf der börse weil wer xrp wirklich auf null gegangen da würden die leute wie blöd auf der börse das einkaufen die börse könnte konkurs gehen aber wenn er wieder hoch geht dann verkaufe ich natürlich deswegen habe ich mitgekriegt und das war bei polynex und das war wahrscheinlich ein systemfehler von denen passiert auch öfters qualm ist nicht viele infos die ruhe vor dem sturm hoffe ich mal abwarten johannes aber bitte der hat recht mit allen was er sagt er hat ja 80.000 anhänger du nur 773 auf twitch auf youtube ist was anderes als du also du spinner mit viel geld in der zukunft und er gott aber arm in seiner zukunft ja das ist ja immer dass nur die die großen youtuber oder auch ich man darf niemandem vertrauen es ist einfach fakt weil es geht alles um euer geld deswegen sage ich immer nimmt das was ich zum beispiel sage oder ich auch auf zeige und alles vielleicht als hinweis hin aber recherchiert immer selber denn auch ich kann natürlich auch falsch liegen ob ich bei xrp und ripple falsch liege naja steht in den stern sechs jahre recherche ich bin stalker von daher könnte sein aber ich glaube bei xrp liege genau richtig andere zum beispiel die mit bitcoin natürlich groß geworden sind mit ihrem kanal und auch wirklich ahnung haben von bitcoin und allen möglichen pipapo oder itelio und dann über xrp reden und dann auch noch so schlecht das recherchieren ich meine alleine jetzt hier auf dieser seite kann ich es euch genau zeigen dass es nicht der wahrheit entspricht weil xrp wer oder der xrp ledger kann nur mit xrp sonst würden hier nicht die xrp usdc stehen oder xrp us dollar stehen der kann nur mit xrp transferieren der kann nur mit xrp vermögenswerte transferieren oder halt daten verarbeiten deswegen heißt er ja auch xrp ledger und nicht ripple ledger hat schon seinen grund aber wie gesagt er hat mehr und deswegen hat er ja recht ich weiß genauso wie blocky damals heiko man da hey mc alles gut ich höre dich heute im bett hat mir eine fiese erkältung angefangen beste medizin wäre xrp 1 dollar ja damit kann ich dir leider nicht helfen das ist leider so aber schön wäre es natürlich aber waren wir mal wenn die wale schon einkaufen könnte tatsächlich irgendwas noch nächster zeit oder sehr schnell passieren qualm ist der liebling aller schwiegermittag das war ich schon immer nur die töchter waren nicht so gut marian hi mc und alle anderen grüße aus dem pool ja das ist geil marian danke du motivierst mich echt ich habe hier leicht stürmisch habe kein pool aber freut mich ne 21 also alexander hi mc mittlerweile ist der sommer wirklich heiß geworden heiß geworden er leider nur vom wetter wann wird es denn nur für uns xrp inhaber langsam heiß ja ich habe ja gesagt august aber ich muss glaube ich sagen doch eher september oktober aber es wird dieses jahr dieses jahr denke ich schon dieses jahr vielleicht nicht die hunderte aber ich sag mal so 50 60 dollar sollten eigentlich drin sein aber warten wir mal ab wie die verwendung kommt 23 200 plus ja ist doch gut warum bist du dann wütend ach so 200 puls nicht plus ach so warum was ist jetzt schon wieder ist alles gut super kitty hi mc und alle anderen nee nee ich finde das sehr gut dass du das korrigierst ja das muss man auch einfach weil mir geht es ja persönlich nicht um ihn mich geht es und nicht ihn schlecht machen gottes willen nein mir geht es wirklich darum von wegen wenn sich das leute angucken die vielleicht neu in der kryptowelt sind und sowas hören und dann gucken sie natürlich auch die abonnentenzahl oder der hat ja recht jetzt so viele abonnenten das ist das was mich dann stört deswegen sage ich immer wenn jemand so eine reichweite bitte bitte informiert euch informiert euch doch einfach mal richtig zur not ihr könnt mich doch auch anschreiben ich mache es nicht öffentlich da können wir privat untereinander uns unterhalten da könnt ihr fragen stellen und dann werde ich sie euch auch beantworten und dann könnt ihr noch mal selber das recherchieren was ich gesagt habe das ist das wichtigste überhaupt ihr habt so eine riesen reichweite alle youtuber versaut die leute nicht damit oder verunsichert die weil viele können jetzt auch auf die idee kommen die jetzt vielleicht ein jahr drin sind sind zwar auch schon noch anfänger so gesehen aber die können jetzt auf die idee kommen oh scheiße woran habe ich denn investiert ich verkaufe jetzt im minus das ist das schlimmste überhaupt 23 okay systemfehler das wäre es ja auch gewesen stell dir mal vor du gibst limit order ein für so zum spaß und es wird ausgeführt und du hast auf einmal paar millionen xrp ja das hat die börse ein problem die börse ist natürlich dafür dann verantwortlich da haben sie dann pech deswegen warst du auf puls 200 naja du musst es nicht immer so zu herzen nehmen mein gott wenn es danach geht da würde ich jede sekunde explodieren wenn es um die kryptowelt geht mal scho moin moin meister der kryptowelt um gottes willen ich schaue mir den stream später an viel spaß euch muss noch arbeiten ach du schande ja dann lieber arbeiten dann kannst du geld verdienen für die kryptowährung tribun johannes ich recherchiere täglich bei dir das reicht mir mehr muss ich nicht wissen ja gut aber zum beispiel wenn ich jetzt zum beispiel sei die kryptowährung sollte ihr vielleicht mal angucken oder die kryptowährung habe ich wenn ich diesmal zeige habe ich auch schon öfters gemacht dann wäre es natürlich gut falls ihr natürlich da auch investieren wollt mal eben noch mal nachschauen noch ein bisschen recherchieren bei den kryptowährungen das wäre zum beispiel wichtig wenn es um euer geld geht wenn ihr investieren wollt clemens ist der xrp ledger dlt er ist distribut ledger technologie fähiger er ist die nummer eins darunter könnte der xrp ledger die weltgrößte börse werden als odl auf dem xrp ledger als odl auf dem xrp ledger nein er wird nicht die größte börse in sich aber er wird höchstwahrscheinlich das größte netzwerk der welt weil alles wird über ihn laufen da sie ja auch interoperabilität machen auf den xrp ledger sind ja schon in vorbereitung das heißt jede block chain oder jedes system was kryptowährung block chain hat kann sich mit dem xrp ledger dann verbinden weil der xrp ledger kann wirklich jede sprache chainling und quant können nur gewisse aber der xrp ledger kann alles dann aber die größten börsen der welt werden sich sicherlich mit dem xrp ledger verbinden alleine wegen den kostengründen tribun 50 60 dollar das wäre ein traum könnte ich mir vorstellen dieses jahr noch haben du hallo mc 50 60 dollar dann kündige ich ja dieses jahr noch mein job du mir eingefallen auch wenn wir diese 50 60 dollar im kurs haben ganz ja verkauft das ist ja dein ding aber erst job kündigen wenn das geld auf deinem konto ist dann kannst du das machen nicht nur weil es auf der börse ist du es transferiert ruf sein chef an blablabla auf wiedersehen erst wenn das geld auf dein bankkonto ist dann kannst du sowas machen die 60 dollar würde ich definitiv nehmen und gleich die steaks kaufen für die insel denkt immer dran das ist meine aussage ich könnte mir vorstellen weil es jetzt immer mehr am laufen kommt und ich könnte mir vorstellen dass wir weihnachten tatsächlich so die 60 dollar sehen ob so kommt ist natürlich eine ganz andere sache es könnte auch sein dass wir vielleicht gerade mal bei einem dollar oder im cent bereich dann sind privi also september oder oktober gelassen also langsam wird es echt eine katastrophe nein warum alles gut alles gut annies corby mc der einzige der xrp kapiert hat nein es haben ja noch mehr kapiert nur die wurden mundtot gemacht das ist das geile die aber wirklich mundtot gehabt gemacht über die jahre und gerade wegen solchen aktionen bin ich auf youtube auch gekommen damals vor zwei jahren und da fasse ich mir nur an kopf also was mein koffer habe keine veganer hier also ich bestimmt nicht weil das ist nicht so mein fall ich habe ein weg die bürger mal probiert und ich muss sagen es geht leider nichts über fleisch exapoli einen werde ich verkaufen sonst noch was naja gut dass das muss ja jeder halt eben selber wissen johannes base seit letzten freitag bis mindestens ende dieser woche zwischen 30 bis meistens gegen 37 grad ich gehe nicht mehr aus dem haus zu heiß alter schwede das verstehe ich ich meine ich habe jetzt hier heute eine abkühlung gestern hatte ich 31 grad heute habe ich 24 grad aber mit ein bisschen stürmisch und regen statt mich nicht aber ja was soll ich sagen es ist zu viel also für 30 37 grad braucht man wirklich das meer vor der tür das klima dafür und dann kann man es auch aushalten zum beispiel meine mama wohnt an der nordseeküste und wenn die 30 37 grad hat ja ganz so ruhig ganz entspannt rumlaufen ich wohn 100 kilometer weiter land einwärts alle und da sieht das schon wieder ganz anders aus tribun ich brauche die 500 euro ja die kriegste ja auch das wird nur noch ein bisschen dauern wahrscheinlich erst ab november 2025 wenn es losgeht dann hast du im dezember die 500 neokrypto dann könnte ich ja noch dieses jahr die bundesbank anrufen das ist ratsam es kommt ja natürlich darauf an sagen wir mal bei xrp bei 60 dollar steht und du verkaufst ein xrp dann brauchst du sie nicht anrufen aber naja es gibt eine grenze ne weltglück grüße aus oberösterreich an alle verrückten ja was denn sonst nicht also habe mit also habe mitbekommen dass es angeblich nächstes jahr losgeht ist jemand wieder am essen er ist nicht da und es könnte jederzeit losgehen das ist das brutale bei xrps könnte jeden tag jede sekunde eigentlich losgehen das schlimme ist wegen dem prozess wenn der prozess zu ende ist gibt es eigentlich keine hürde mehr und wann ist der prozess zu ende wie gesagt jederzeit jeden tag die wohn ich habe xrp kapierte dank dir marcello um gottes willen ich habe nur halbwissen wie sollst du das denn dann kapiert haben nein scherz beiseite freut mich natürlich sowas zu hören johannes ich liebe gemüse zum steak ja eine beilage muss man ja auch immer haben ne inkommen möchte ja keinen den wind aus den segeln nehmen aber ich glaube an die 60 dollar erst ende 2024 und dann stetig weiter steigen bis q1 2025 auf 1000 2026 könnte auch möglich sein wir müssen einfach abwarten das erste schritt ist wirklich dass der prozess zu ende ist damit xrp in rechtsrahmen hat egal was es von beiden wird kann nur eins werden aber damit xrp in rechtsrahmen hat damit ripple rechtssicherheit hat beim hauptgerichts standort das ist das problem und es muss natürlich reguliert sein damit banken damit natürlich indirekt arbeiten dürfen damit sie ein system verwenden dürfen was natürlich den xrp verwendet und den xrp ledger natürlich in verbindung damit das gestartet werden kann ohne das wird es nicht funktionieren chris for crypto hey marcelo wie läuft's wo muss ja ne sehr schön erwische ich dich auch mal am nachmittag beste grüße in die runde ja es kann passieren eisblock guten tag im sie wie geht's dir und deiner kleinen maus wo sie ist ein bisschen anstrengend geworden moment ein bisschen patzig aber ansonsten geht es mir recht gut muss ich sagen georgio hallo mc xrp legende um gottes will nie wisst man mir eine statu bauen das wäre ja schlimm ich könnte mir nicht selber ins gesicht gucken qualm ist das gemüse ging ja durch das steak das reicht als beilage gibt es erdäpfel naja ich kenne den begriff erdäpfel nur bei pferden und die möchte nicht haben ach so beilage gibt es erdäpfel also das meinte johannes ich habe kein mehr vor dem haus aber eine klimaanlage im haus draußen 36 in meiner wohnung 24 grad und feuchtigkeit auf 36 prozent so ist gut okay ich habe keine klimaanlage wohnung auch unter einem dach in einem familienhaus und ja ich habe bei 36 grad ungefähr 42 45 grad im haus dann haben du mc wie machst du das eigentlich wenn deine zielpreis erreicht ist schickst du den coins direkt an die börse und verkaufst die da dann hast du für ein paar tage das große fiat geld in der börse bist du das mit der bundesbank geklärt hast ist das auf der börse sicher nein warum sollte ich das fiat gelten paar tage auf der börse haben also pass auf ich verschicke das auf die börse verkaufe es zu dem preis und schicke es sofort auf mein bankkonto in der zeit rufe ich natürlich die bank dann an und erklärt ihm wieso weshalb warum eine große transaktion auf mein bankkonto kommt und das dauert keine paar minuten ich glaube das letzte mal waren es 20 minuten wo ich mit denen telefoniert habe das schlimmste ist dann am nächsten tag hat mich meine hausbank angerufen und gesagt mein konto ist erst mal gesperrt weil er eine ungewöhnliche transaktion ist und ich möchte bitte die unterlagen für summe x natürlich mitbringen um zu beweisen woher ich das habe das war das schlimmste zwar natürlich auch noch der erste das heißt es ist kein geld von meinem konto runter gekommen und natürlich man muss sich alles bezahlen das war geil eisblog mc sobald es losgeht was meinst du wie wird sich der preis in einer zeitspanne von zwölf monaten entwickeln liebe grüße ja da ist das problem wird das entsteht sich nach oben gehen sprich auch langsam oder wird es rapide nach oben gehen das kann ich dir nicht sagen streiten sich so die leute eben noch die einen sagen das wird zick zack nach fünf minuten wir schon bei 500 dollar und ich sage eher es wird stetig nach oben gehen es wird einen ziemlichen ruck geben das denke ich auch dass wir sagen wir mal prozess ist zu ende der kurs wird gepumpt auf drei bis vier dollar wenn wir glück haben dann wird natürlich kräftig abverkauft und dann startet ripple das system und dann gibt es vielleicht nur ruck auf 20 30 dollar und dann wird stetig nach oben gehen oder wöchentlich aber wie schnell und alles das werden wir sehen 23 wenn xrp auf 1000 geht dann hast du schon die meisten coins von dir verkauft ich auch geht dann spenden hier alle auf jeden fall für eine star tour da kannst du dir sicher sein okay dann verlasse ich die erde wo potty hallo mc xlm habe ich noch gar nicht im portfolio würdest du an meiner stelle noch nach möglichkeit dort investieren also ich kann dir sagen ich kann dir nicht sagen dass du da investieren sonst ich kann nur sagen ich habe auch ein paar xlm zweitens wo siehst du xlm im bullenmarkt und wo in circa drei jahren oder ganz anders lieber in wie schön beziehungsweise vera statt xlm nur deine persönliche meinung danke also ich habe auch ein paar xlm ich habe nicht viel das ist ich sage die summe jetzt mal nicht nein das ist nämlich lächerlich im endeffekt es ist mehr als 1000 aber weniger als 50.000 so das ist ein bisschen doof wie wie schön finde ich auch geil und vera city naja gut habe ich jetzt ein bisschen mehr aufgestockt und kannst du ich kann sowas nicht beantworten das musst du selber wissen wo ich xlm in drei jahren sehe genauso wie xrp oben nur nicht so gewaltig wie bei xrp weil bei xrp läuft natürlich viel mehr drüber aber ich schätze mal schon sagen wir mal xrp ist bei 1000 dollar dann ist xlm sicherlich zwischen 50 und 100 dollar rekrutter also könnte bald eine entscheidung kommen oder kann man noch ein bis zwei jahre warten also ein bis zwei jahre denke ich nicht aber dieses jahr müsste auf jeden fall fertig sein der nächste termin wäre für mich bis wo das nächste mal irgendwas kommen sollte das wäre tatsächlich der bis zum 20 juli wegen fednau da bis dahin könnte was kommen wenn bis dahin nichts kommt dann lehne ich mich zurück und warte das ja nur noch ab qualm ist klingt nach obst und das ist gesund oder was schmeckt besser frittierte erdäpfel ich mache dir frittierte erdäpfel ich glaube das wird dir schmecken dann danger noodle hi mc und moin alle zusammen baden-württemberg kocht gerade ist es bei dir in bremen auch so drückend nö ich habe angenehme 24 grad einen wind habe ich bei mir und zwischendurch ein bisschen regen also ich habe es wieder gut ich sage ja immer wieder wenn es um wetter geht ist der norden am besten tut mir leid martin wenn der prozess noch eine weile die in die länge gezogen wird könnte xlm stark profitieren was meinst du dazu nein weil aus dem einfachen grund nur in verbindung mit ripple technologie wird xlm auch groß und ohne xlm wird rippel technologie auch klein bleiben wenn sie sind bankbereit die brauchen sich beide xlpoly jetzt hackbraten mit oliven und schafskäse dazu bratkartoffeln und rotkohl viel soße also wenn den schafkäse weg was würde ich zu dir von nach hause kommen gerade und mit essen 23 nach fünf minuten sind wir schon bei 500 dollar dann muss ich ja gar nicht mehr wütend sein so ist die theorie wenn sie zehn prozent von den zwift kunden über den xlp ledger transferieren ob das so kommt ist natürlich eine andere sache amdu dann scheidet ja mit war wo aus da kann man täglich nur 25.000 euro abbogen guckte mit panda an fünf millionen sollte nicht schlecht sein ne 23 auf panda kann man sehr viel auscashen im moment noch aber wenn dann alle ihre xrp auf panda verkaufen dann machen die sicherlich auch den laden dicht nein warum die nehmen ja das geld vom markt und cashen auch das ist ja nicht das geld von der börse chris for crypto bin wirklich mal gespannt wie dick dann hier die eier in der community sind wenn es dann wirklich mal steil geht aber dafür muss auch wirklich erst mal sowas etwas schwung reinkommen da bin ich auch gespannt mal gucken wer es wirklich schafft ich weiß selber nicht ob ich das schaffe so lange aus sein ich nehme mich da jetzt nicht aus von wegen ich habe das locker nein nein ich habe das schon einmal mitgemacht und von daher es ist brutal rob rob eigentlich könnte man sich xlm sparen weil der kurs wird gleichzeitig mit xrp ansteigen oder ja aber nicht so enorm weil eben über den xlm ledger läuft viel weniger als wie beim xrp ledger damit meine ich natürlich verwendung damit meine ich natürlich alles was drumherum noch ist also da denke ich schon dass der xlm ledger oder xlm nicht so drastisch steigen wird in com mc was würdest du machen wenn xrp ende 2026 immer noch unter 1 dollar ist würdest du verkaufen und in andere projekte gehen also ich bin ja schon in anderen projekten und ich sagte ganz ehrlich bis dahin ist der bullenmarkt gewesen wahrscheinlich auch schon dann habe ich ein paar euro wahrscheinlich gemacht wenn ich nicht so blöd bin und dann würde ich mir von dem teil vom geld würde ich mir dann ein flug ticket nach san francisco mehr gönnen und dann müssen wir das zwei gewisse herrschaften dann erklären wieso weshalb warum ihr shitcoin immer noch unter einem dollar ist aber ich würde xrp nicht verkaufen deine mama servus mc servus an alle hoffe er euch geht es gut auch gut in dalo xdc wird besser abgehen als xlm habe ich auch aber mal abwarten spree wie manche sagen dass fatnau nix mit xrp zu tun hat und der preis wird es nix nix passieren also es wird auch am anfang nix passieren am preis das kann ich mir nicht vorstellen die atlanta fat hat ja schon gesagt dass sie xrp mehr oder weniger verwenden wird das system bei fatnau sind natürlich rippelpartner dabei die auch ihre systeme schon ich glaube seit einem halben jahr umgestellt haben auf odl direkt wird es bei fatnau nicht mit xrp gehen aber über die rippelpartner davon bin ich überzeugt deswegen sage ich immer alles wird direkt oder indirekt über den xrp ledger laufen das heißt nicht dass alle sich direkt mit dem rippeln net verbinden sondern dass über dritte dann passiert martin hi mc wie wird das mit ledger geregelt weil momentan muss man 10 xrp hinterlegen wenn ein xrp 1000 euro ist schöne grüße aus die runde an die runde danke also es war früher sogar 15 ich glaube sogar auch schon 20 xrp die man dann festlegen musste beim neuen wallet das kommt darauf an das müssen die validatoren abstimmen aber david hat auch schon einmal runter gesetzt von 15 auf 10 da hat er mit dem validatoren gesprochen und die sind sich auch überzeugt sobald natürlich der kurs höher ist wird das weiter runter gestuft keine pferde äpfel die musst du ja bald weg kehren wenn deine kleine einen gaul hat ja das ist das problem also ich bin auch so frei euch zu sagen ich suche schon ein stall wie sagen manche youtuber da haben wir das willst du dir das video von robin hd nochmal angucken er sagt das auch mit 84.000 abonnenten das xrp ledger kein xrp zwingend braucht und xrp ein tocken ist aber darüber kann man sich streiten ich verhaspel mich auch öfters dann sollen die doch recht haben die youtuber schauen wir mal wer recht hat ich weiß dass ich spätestens q1 2026 mit einem fetten grinsen auf youtube durch die gegend meine sessions mache sage ich mal meine videos und immer wieder sage habe ich es nicht gesagt habe ich es nicht gesagt schade ich bin kein großer youtuber aber ich habe es gesagt warten wir mal ab 23 um lange genug auszuhalten muss man einfach genug xrp vorher kaufen und dann kann man immer noch was liegen lassen für höhere kurse wenn du das aushält aber nehmen wir mal an du hast ich sag mal 100.000 xrp der kurs ist bei 10 dollar hast du eine million euro hältst du es aus oder der ist bei 40 dollar hältst du es aus bei 4 millionen euro nicht zu verkaufen weiß ja nicht wie gern du deinen job hast rob rob meinte dass xlm auch bullrun unabhängig ist ja das wären sie alle qualm ist gerade mal gegoogelt dies kam als zweites nach wikipedia gar nicht so weit von dir erdäpfel hamburg hallo ich bin in brem ich bin ja gott sei dank kein bremer aber ich gebe den kleinen tipp bremen und hamburg die hassen sich ich weiß immer noch nicht warum es soll irgendwie mittelalter zu tun haben weil die beiden ja bei der hansestädte sind und haben immer miteinander konkurriert und der hass ist ja gut was heißt hast sie mögen sich einfach immer noch nicht clemens mit xlm durch vetnau eher ansteigen da xlm für inlands bezahlungen gedacht waren nein die waren auch für grenzüberschreitende zahlungen gedacht und xrp kann auch für grenzüberschreitende für inlandszahlungen verwendet werden wie david es ja schon gesagt hat und nein xlm wird nicht deswegen massiv ansteigen mr wolkenlos abonniert zum zweiten mal schon dankeschön für den besten nur das beste sonnige grüße dankeschön maximus was denkt ihr luna classic wird wirklich steigen ich habe das gefühl dass es bald knallt da ist so was großes im busch also ich warte erstmal auf q3 jetzt dieses jahr wegen luna classic und da sehen wir mal entwicklung mäßig ich könnte mir vorstellen aber es klingt natürlich auch wahnsinn wenn man sich das anguckt wie viel coins bei luna classic sind und was ihr ziel ist was ich auch gut finde dass sie ein ehrgeiziges ziel sich gesetzt haben nicht von wegen eins sind sondern klipp und klar sagen der dollar muss stehen ähm schauen wir mal schauen wir mal inwieweit sie das schaffen 23 ich habe heute noch mal ordentlich luna nachgelegt was soll da schon schief gehen das könnte alles schief gehen das muss ja nun mal kurz zucken abwarten tribun luna classic will auch noch will ich auch noch nachkaufen wie gesagt das ist hochrisiko luna classic das briefi nee lass mal der hat wieso wieso keine ahnung der sieht aus wie zwölf naja das ist ansichtssache ich sehe auch aus wie aus der tonne also aussehen ist nicht alles mein freund qualm ist mit ohne bikini und einem lächeln rundherum 2026 müssen wir nur die frisur noch kürzer gestalten in teneriffa dann könnte sein dass ich dann vielleicht mit einer glatze durchgehen glaube deine mama ich glaube an die simpson die haben es prophezeit dass xrp 589 dollar hoch geht aber ich glaube das ist nur der anfang also die simpsons die haben es nur genommen weil es gab mal eine beispielrechnung aus 2018 nämlich bevor die simpsons gekommen sind mit dem 589 da gab es eine beispielrechnung wenn zehn prozent der swift kunden ihr tagesvolumen über den xrp ledger transferieren würden was ja nie passiert weil keiner wird ja die technologie verwenden das wissen wir ja dann würde xrp innerhalb von fünf bis zehn minuten 589 dollar wert sein so war das damals 23 ja dann verkauft man 50 prozent und ist millionär und kann die anderen 50 prozent liegen lassen sehe das problem nicht allerdings könnten wir kleinen leute ja nur träumen von 100.000 xrp das war ja auch nur ein beispiel ne spree wie hand aufs herz werden werde wenn xrp einen gewissen preis verkaufen und mein social media herunterfahren weil ja weil es ja bestimmt leute die nicht nett sind wenn es um geld geht ja du brauchst auch nicht denken dass ich irgendjemandem erzähle wenn ich verkauft habe oder sonst irgendwas oder wie viel geld ich gemacht habe so hab noch einen kunden schau natürlich alles nach und dir und allen noch einen schönen feierabend wünsche ich dir nachher natürlich auch ah mein holländischer freund was hast du denn von dem gefunden na sollte ein bisschen langsam xrp-anwalt glaubt dass die ssc die transparenz von ripple ausgenutzt hat um brad geilinghaus ins visier zu nehmen will ich da wirklich rauf gucken xrp-anwalt welcher welcher ist es jetzt schon wie john die ja thema erledigt sorry aber als es dir nicht aufgefallen ist ich bringe gar keine nachrichten von ihm mehr weil es mir ein bisschen extrem ist was der da bringt außerdem ich weiß nicht um brad geilinghaus ins visier zu nehmen ganz ehrlich dann würden sie auch den cardano chef ins auge nehmen na ganz ehrlich also nein ich habe nur die überschrift gelesen das reicht mir schon qualm ist das weiß ich ja beste freunde forever die zwei dörfer ja aber in wen man alle entfernung hier im stream vergleicht ist bremen und hamburg ein steinwurf auseinander das stimmt das stimmt 100 kilometer ist wirklich ein witz und ich muss ganz ehrlich sagen auch dafür werden mich viele bremer schlagen ich habe in hamburg null probleme 23 hochrisiko ist mein zweiter name dann ist ok maximo so doof wie ich bin werde ich den gewinn von luna sofort in xrp stecken und leer ausgehen lull könnte passieren vielleicht geht ja luna auch wirklich auf 100 dollar und xrp geht dann auf null 23 naja hohe gewinne aus altcoins sollte man dann schon direkt in bitcoin stecken wenn du das sagst maximus mc aber wir werden es alle sehen wenn du verkauft hast wenn du am strand sitzt das kann man nicht verbergen naja du wirst es sehen weil da werde ich qualmis sowieso noch mit ärgern das mache ich extra extra dann auch nur für ihn dann werde ich hier schön im bikini sitzen johannes ja ich bin mir sicher dass ich es aushalte es hilft mir aber dass ich nicht mehr arbeiten muss und ich habe daher einen plan gemacht wie viel ich wann verkaufe und das auch nur wenn ich etwas unbedingt brauche zum beispiel möchte ich ja mein 20 jahre altes auto ohne klimaanlage gegen ein neues austauschen aber ich werde zuerst für mindestens ein jahr ein auto mieten und erst dann später ein neues kaufen dann sollte der kurs bereits einiges höher sein okay chris vor crypto was musste gleich nochmal gegeben sein um laut david einen kurs von 1000 zu haben um einen reibungslosen ablauf der transaktion zu gewährleisten globale verwendung der banken wenn wirklich david sagte tatsächlich wenn global fast alle banken dieser welt den xrp ledger verwenden würden also odl verwenden weil die verwenden ja nicht den xrp ledger ist ja auch wieder falsch von mir die verwenden ja odl und ne da geht ja dann xrp ledger muss xrp einen stadt mindestens 1000 dollar wert sein damit das system stabil läuft damit nicht zu hohe oder zu wenig münzen auf dem markt eben halt sind damit das dann transaktion zum beispiel ausfallen weil sie nicht transferiert werden können weil keine münzen da sind das meinte david damit habe ich mir auch jahrelang gedacht immer von wegen wie soll das jetzt funktionieren ihr habt ihr habt ja einen guten kundenstamm aber es fehlen ja noch die masse an banken und dann kam iso oh iso hat direkte verbindung zum ripple net oh odl ist da drin da haben wir die massenadoption dennoch xrp ist die ssc überhaupt noch zeitgemäß nein die waren noch nie zeitgemäß also die letzten 20 jahre waren sie schon nicht mehr zeitgemäß weil die gesetze einfach nicht reformiert worden sind privi aber was denkst du von mr pool was soll ich von david schwarz halten qualmis womit habe ich das verdient tja rache ist süß baby maximus ich hoffe du rasierst deine bikini zone warum natürlich ist auch immer am schönsten aber obwohl ich kann dir sagen ähm ja ich stehe nicht so auf haare qualmis aber wie gesagt wenn der kurs stimmt gerne damit du dir die therapie dann leisten kannst ne sprivi aber mc du weißt ja was ich meine mit dem netten leuten werden wie so auswandern ein neues kapitel ohne die leute die nur geld wollen so ich habe jetzt schon ein baseball schläger neben meiner tür wenn dann die leute gerade rein zufällig dann kommen nur weil vielleicht ich ein bisschen geld habe wie gesagt ich habe ein baseball schläger neben meiner tür qualmis solange du ihn in teneriffa nicht dabei hast geht's ja weiß ich nicht für dich mache ich das auch extra nur für dich nur petzi hey mc grüß dich qualmis die mittagsschicht nur petzi singeln wir hallo zusammen grüß dich äh rob rob in deutschland gibt es doch diese steuervereine wo man fast nix im jahr als mitgliedsbeitrag zahlen muss dann könnte man sich bei den steuerberater sparen bringt mir zwar nix weil ich in tyrol wohne aber vielleicht interessiert es den ein oder anderen ja das problem ist sind diese steuervereine denn auch schon so weit dass sie über kryptos bescheid wissen es gibt ja gewisse steuerberater die sich schon mittlerweile über die jahre ja auch schon dafür spezialisiert haben also wie gesagt ich würde mir lieber einen steuerberater suchen mein gott ganz ehrlich wenn wir ein paar ein bisschen geld gemacht haben die 3400 euro bringt einen dann nicht um beim steuerberater wenn der sich mit digitalen vermögenswerten und der steuer gesetzen auskennt oder also ich würde lieber diese steuerberater ruhig in kauf nehmen für 3400 euro meinetwegen kann der auch ein paar tausende kosten dann das ist mir auch egal dolby daddy servus mc diesen sommer noch to the moon vielleicht ende oder herbst aber warten wir einfach erstmal den 20 juli ab ob wir da irgendwas erfahren vom gericht bis dahin solange einfach weiter ganz entspannt bleiben chris for crypto ja baseball kann schon spaß machen natürlich baseball spielen macht richtig spaß wenn man die richtigen bälle dafür hat so schauen wir mal auf den kleinen schmutzfink hier mal scheint ja immer noch recht okay ich sollte es mal aktualisieren soll jetzt haben wir mal den kurs und naja gut es geht ein bisschen runter aber ganz ehrlich ich sehe da immer noch keine gefahr bitcoin kämpft immer noch um die 30.000 hält sich bisher noch ganz wacker solange jetzt kein miss kommt ich meine es gibt ja schon einige die sagen 2024 bitcoin wird 140.000 euro wert sein dollar wert sein könnte passieren weil wir wissen ja im april ist ja das bitcoin halving ich gehe auch davon aus dass bitcoin mal ein bisschen mehr steigt als nur auf 120.000 140 wäre auch noch wenig ich gehe eher davon aus dass es auf 200 bis 300.000 womöglich steigen wird und von daher auch das kann ich weg machen eigentlich so und daher muss man einfach mal ein bisschen entspannt bleiben auf jeden fall der nächste bullenmarkt wird extremer viel extremer da wird noch viel mehr geld reinkommen rob rob weiß jemand wie lange man in deutschland einen wohnsitz haben muss um unter der deutschen steuergesetz zu fallen frage dein freund wir wollen alle raus und du willst dein freund will hier rein nee da musst du auch mal deine nation dann fragen wie das dann aussieht nur weil du im ausland wohnst heißt es nicht du bist nicht zu hause steuerpflichtig das wäre eigentlich das ist geil wir wollen alle abhauen und da will jemand hier rein huwoll ich kaufe fleißig xrp weil ich bin von xrp total überzeugt dank deiner ehrlichkeit gegen uns über ach du schande also muss ich euch bescheißen du machst das echt toll und wann ich und meine familie werden wir bei dir bedanken na aber mir muss man sich nicht bedanken ihr seid doch alle selber dran schuld ich kann euch ja nur immer wieder sagen ich bringe euch informationen ob die stimmen oder nicht kann man ja selber noch mal nach recherchieren das ist ja alles in der in den video beschreibungen immer drin und ich möchte einfach ja auch nur dass ihr alle durchhalten egal welchen coin ihr habt ich weiß dass einige ja auch dodge haben und schieber nein ist ja für mich absolutes rotes tuch aber ist auch okay ich möchte einfach nur dass ihr gewinne mitmachen einfach gewinne kriegt spree wie was denkst du von auswandern ist für mich kein fremdwort ich denke auch sehr stark darüber nach aber nicht so von wegen nur aus deutschland raus sondern aus europa ist wahrscheinlich auch raus aber das kann ich noch nicht sagen ich muss mir erst mal ein bisschen die welt angucken um zu sagen okay an diesem ort möchte kann ich mich niederlegen das ist halt so da gibt es ein paar orte die ich mir unbedingt angucken möchte auch in afrika natürlich weil afrika irgendwie zieht mich das nach afrika sind wahrscheinlich meine spaghetti gene aber schauen wir mal tribune aber wenn ich die coins ein jahr halte braucht man eigentlich keinen steuerberater das ist richtig aber ein jahr und einen tag am besten aber nicht desto trotz kann man sich immer noch ein beratungsgespräch holen von beim steuerberater weil es könnte sich ja auch irgendwas geändert haben dass man dann ja vielleicht doch vielleicht solidaritätszuschlag zahlen muss oder so es ändert sich ständig irgendwas deswegen also ich würde trotzdem einen steuerberater aufrufen aufsuchen und dann mich mal beraten lassen noch dolby daddy hab gehört torres hat das land verlassen vor aus angst vor der ssd ne eher vor aus angst vor david weil er schon ungemütlich wird warum sein system nicht läuft rob rob aber nur steuerrechtlich mag ich rein wäre dann ja gar nicht da da müsstest du dich mal mit deiner regierung unterhalten oder eher mit eurem steuergesetz wie lange musst du aus tyrol dann raus um dann in deutschland oder in irgendeinem anderen land anerkannt zu werden für die steuergesetz spree wie die dubai oder südkorea oder japan vielleicht nordkorea ja nordkorea für spaß tee trinken kim warum nicht zum ersten mal gechattet frankenstein hallo zusammen ganz neu hier geil freut mich ihr seid eine coole community danke für euren ganzen know how da nicht für immer wieder gerne freut mich wirklich sowas zu hören ja wir gefeifen uns nicht an wie die anderen also wir sind eigentlich langweilig nahe die müssen uns jetzt machen weltglück wir müssen uns sowieso bis 2025 november mit kleinen kursen ärgern jedes datum ist jetzt und weiter bis ende 2025 werden nicht end eintreten laut meiner meinung werden wir nur hingehalten wie hühner beim füttern Und dann, siehst du, jetzt müssten wir eigentlich auf dich losgehen. Aber nein, das ist deine Meinung und finde ich gut. Schauen wir mal, kann ich nur sagen. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass der Kurs klein bleibt bis Ende November 2025. Aber da reden wir weiter, wenn der Prozess zu Ende ist, der dieses Jahr zu Ende geht. Sprivi, wie die anderen YouTuber. Was meinst du jetzt, wie die anderen YouTuber? Von Weltglück, das ist ein Argument, oder was? Nein, andere YouTuber sagen immer, XRP 2025 50 Dollar. Und wenn ich danach hacke, wie soll das passieren? Ja, mit dem Bullenmarkt, mit Pump. Da verkneife ich mir schon das Lachen, weil das ist selbst da unmöglich. Maximus, ich bin total entspannt und warte, bis die Rakete startet. Ich rauche nur drei Schachteln am Tag. Oh, macht ja nichts. Davon bin ich Gott sei Dank ab. Ich rauche nur noch eine. Tribunen, okay, wenn es soweit ist, Herzinfarkt. Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Schön, dass man bei mir um die Ecke im Krankenhaus jetzt gerade platt macht. Ich hoffe, die kriegen mich schnell genug ins andere dann. Sprivi, Alaska würde mich auch interessieren. Eine Hütte im Wald. Ne, das ist das gleiche Problem wie mit Österreich und Schweiz bei mir. Es ist einfach zu kalt. Sonst, klar, Alaska, geile, mega Natur und alles würde mich auch interessieren. Nein, aber es ist einfach zu kalt. Da kriegst du mich nicht hin. Such dich dann im Hochsommer, wenn es da 20 Grad sind. 23, also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann bin ich mir sehr sicher, dass nochmal ein richtiger Aufreger kommen wird, mit dem alle Papierhände rausgeschüttelt werden sollen, weil die Oberen nicht wollen, dass so viele Leute reich werden. Wenn du dir so sicher bist, dann verstehe ich nicht, dass du jeden Tag dann bei mir kommst und sagst, du bist sauer. Dann müsstest du eigentlich entspannt sein und sagen, war klar. Aber dann weißt du auch, dass es wieder losgeht nach oben. Alles, was fällt, steigt doch irgendwann wieder. Deine Mama, wenn es losgehen wird mit dem Kurs, auch wenn es den Preis noch nicht erreicht hat, den ich mir wünsche, zeige ich meinem Chef, den... Naja, gut, ne, es ist so... Dann hoffen wir, dass auch es weitergeht. Sprivi, komm gern vorbei. Ja, aber nur im Hochsommer. Nur Petsi, 23 ist immer sauer. Ja, aber ich verstehe es nicht, ne, mit so einer Aussage müsste man eigentlich ganz entspannt sein und nicht hier immer... Oh, scheiße. Hamdu, MC, in Deutschland fehlt nur noch die O2-Steuer. Naja, die haben wir im Endeffekt ja schon. CO2-Steuer, ne, wegen der Luft. Kannst du auch als O2-Steuer schon nehmen. Ja, also ganz ehrlich, Deutschland ist Weltmeister in Steuern, ne, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da ist Deutschland wirklich die Nummer 1. Gott sei Dank, wenigstens irgendwo sind wir noch die Nummer 1, ne, in Deutschland. Rob, Rob, wenn ich es nur irgendwie deichseln kann, bekommt meine Bananenrepublik keinen Cent. Deswegen die Frage des Freundes. Ja, ähm, wie hoch ist denn der Steuersatz bei euch? 23, das ist meine generelle Baseline. Mit dem wütend sein. Ich bin quasi wie Hulk, nur ohne die Muskeln. Okay, ist aber schlecht fürs Herz. Pettoni, denkst du, dass XRP nochmal unter 40 Cent geht, oder würdest du jetzt noch kaufen? Werde ich ständig sagen, ob ich kaufen will oder nicht, aber mit unter 40 Cent könnte natürlich passieren. Das ist so die Frage, es hängt jetzt noch an Bitcoin alles. Dolby Daddy, Alaska, nein danke, am Ende ist man reich durch XRP und wird beim Angeln von einem Grizzly gefressen. Was für eine Verschwendung. Naja, da hast du dein Gewehr neben dem Angeln, ne? Sprivi, wenn Platz direkt flug, nur Hinflug und erstmal nach Asien. Ja, ist ein schöner Kontinent. Krypto-Steuersatz 27%. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum du unbedingt mal nach Deutschland willst. Es ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Aber gut. Ja, mach dich mal schlau. Vielleicht gibt es da einen Weg, aber ich habe keine Ahnung. Sprivi, aber in Deutschland leben auch die Leute, die wenig Geld kriminal werden gelassen. Direkt weg hier. Naja, man muss aber auch immer wieder bedenken, ne? Deutschland ist ein noch ein gutes Land, weil keiner muss hungern. Jeder kriegt eine Schulbildung. Jeder hat ein Dach über dem Kopf. Ne? Das muss man auch immer wieder bedenken. Und deswegen zahle ich auch eigentlich recht gerne Steuern. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wo es nicht so der Fall ist. Aber da muss man dann direkt hingucken, wieso, weshalb, worum, woran liegt es denn? Was ich nur schlecht finde, ist, dass die Rentner hier so verarscht werden. Das ist wirklich etwas, das hat keiner verdient, der 45 Jahre gearbeitet hat. Hamdu, selbst beim Auswandern muss man beim Zoll blechen. Deswegen ist es ja so schön, dass man so einen kleinen Stick hat, der eine Verbindung zu dem Hardware-Wallet hat, das man hat. Im Endeffekt ist es ja geil mit dem Hardware-Wallet zum Beispiel. Was brauchst du denn, um auszuwandern? Nix, ein paar Dollar oder ein paar Euro im Portemonnaie oder je nachdem, wo du hin willst. Internet hast du überall. Du kannst im Endeffekt überall deine XRPs verkaufen und auf dein Konto packen, das Geld. Und mittlerweile bei einigen Börsen ist es ja so, dass es innerhalb von ein paar Minuten sogar schon läuft. Von daher, du brauchst ja wirklich nur das Hardware-Wallet und dann eben halt einen Computer und nimmst einen Laptop mit. Internet kriegst man überall im Ausland. Es ist ja nicht so wie in anderen Ländern, wo es noch in der Steinzeit ist. Und das ist ja das Geile. Ich muss ja, um XRP zu verkaufen, nicht unbedingt in Deutschland sein. Ich kann ja auch woanders sein, gerade. 23. Hälfte jetzt kaufen und dann die andere Hälfte unter 40 Cent. Oder eben dann über einen Dollar. Je nachdem, was passiert. Das könnte man zum Beispiel machen, da hast du recht, wenn man natürlich verunsichert ist. Ob ich jetzt kaufen soll oder später. Deine Mama, ich weiß nicht, ob ich dich schon gefragt habe, MC. Aber was hältst du von Holoshane? Ah, was soll ich dazu sagen? Ich habe selber Holoshane. Ich erwarte schon, dass Holoshane wirklich im nächsten Bullenmarkt so die 10 Cent Marke knacken wird. Rob, Rob, wenn ich es weiß, lasse ich es euch wissen. Äh, nee, behalte es mal lieber für dich, weil das ist kriminell. Oder könnte kriminell werden. Frankenstein. Apropos Herzinfarkt oder Grizzly-Angriff. Was hoffentlich nie passiert, aber wie sicherst du die Wallet? Ledger. Für den Fall, dass was passiert, hast du deiner Familie die Geheimwörter deiner Wallet vorbereitet? Nein. Es ist in meinem Testament schon verankert, dass meine Tochter ein Bankschließfach von mir gekriegt. In diesem Bankschließfach sind natürlich ein paar Ledgers. Dazu eine Erklärung. Eine ganz einfache Erklärung, die jeder Idiot kann. Plus die Sicherheitswörter. Da sind die drin. Damit sollte meine Tochter, weil sie nicht ganz so auf den Kopf gefallen ist wie ihr Papa, das auch begreifen können. Zur Not ist auch ein Schriftstück dazu. Gib einfach Nano Ledger bei YouTube ein und du wirst es können. So habe ich das gemacht. Also wie gesagt, wenn ich nicht mehr sein sollte bei sowas vielleicht oder auch so, erbt meine Tochter komplett alles, was im Bankschließfach ist. Spreevi, komm aus Berlin. Okay. Endy Punkt. Hallihallo. Sorry, dass ich gerade so wenig online bin. Macht doch nichts. Jedem das seine. Hallo, ich zwinge hier keinen. Bin aber, die Schichten machen mich immer mehr platt. Ich werde mir aber nachher alles in der Nachtschicht anhören. Liebe Grüße an dich und die ganze Verrückten hier. Falls Emco Crypto Whitehead gerade da ist und das hier hört bzw. liest, Dankeschön nochmal für das geile Video von heute. Nee, er ist heute nicht da. Muss ja auch nicht, ne? Spreevi, bin jetzt bei der Tafel vorbeigefahren oder beim Zoo, wo nur Obdachlose sind. Ja, ich habe mich auch schon mit einigen Obdachlosen unterhalten, auch hier und auch woanders in Deutschland. Und meistens habe ich zu hören gekriegt von denen, sie sind sich einfach zu stolz dafür, beim Staat um Hilfe zu bitten. Da sage ich mir, das ist leider ein falscher Stolz, weil ich zahle wirklich gerne, wirklich gerne Steuern, damit diese Menschen als auch, ja, viele sagen, ja, was geht ihnen denn gut? Die haben ein Dach über dem Kopf, die haben was zu essen. Dafür zahle ich wirklich gerne Steuern. Das andere ist natürlich Ausnutzen, dass da nichts passiert. Ja, gut, das ist eine andere Sache, aber da ist der Staat für verantwortlich. Wenn er da eben halt keine Leute für hat, die das dann kontrollieren. Spreevi, Berlin bekommt so schwer eine Wohnung oder die Ukrainer bekommen sofort, will keinen Ärger machen, aber es nervt. Ja, aber das Problem ist dabei, sind es die Ukrainer? Nein. Sind es die anderen, die in dieses Land kommen? Nein. Es ist die Politik. Ich weiß, was du meinst. Ich sage auch nicht jetzt von wegen, oh, du bist rechts oder so ein Quatsch. Gottes Willen. Es ist die Politik diesen, die in meinen Augen in diesem Land seit 30, 40 Jahren falsch läuft. Da könnte ich dir Sachen erzählen, da schlackerst du mit den Ohren. Da du gerade in Berlin bist, möchte ich es dir lieber nicht erzählen, weil dann bist du in spätestens fünf Minuten vorm Reichstag und wer weiß, was dann passiert. Spreevi, wenn ich offiziell in Dubai wohne, also nicht mehr in Deutschland, muss ich dann noch Steuern zahlen? Da muss man sich wirklich erkundigen, wie lange du im Ausland leben musst als Hauptwohnsitz, damit Deutschland nicht mehr Steuern von dir bekommt. Das ist nicht so einfach, von wegen, man wandert aus, man sagt, okay, jetzt wohne ich in Dubai. Oh, Kryptos sind ja umsonst. Es ist ein Monat vergangen. Ich verballere alle meine Kryptos, weil ich muss ja keine Steuern zahlen. So einfach ist das nun mal leider nicht. 23 oder einfach den Betrag jede Woche investieren, Stück für Stück, geht auch. Aber man muss auch sagen, wir haben nun mal einen Riesenvorteil in Deutschland, noch, wer weiß wie lange, weil wir haben noch die ein Jahr Haltefrist, die gibt es fast nirgendwo mehr. Fetttoni, was würdest du machen, wenn du noch keinen XRP hast, jetzt kaufen oder warten? Also wenn ich jetzt noch keine XRP habe und ich würde mich darüber informieren richtig und nicht durch eine blöde Wette im besottenen Kopf, würde ich kaufen. RSS, liegt dein Ledger in Bankschließfach? Ja, als Absicherung habe ich da auch Ledgers liegen. Qualmis, der isst bestimmt Essen. Na klar, was sonst? Sprivi, kennt viele Sachen. Sieh, viele, aber weiß, was du meinst. Petsi, just a moment, beschließen die weiteren Unfug. Natürlich, hallo, wir haben die Besten der Besten da, aus ganz Europa da oben sitzen. Also wir haben wirklich die Creme de la Creme, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich so die zwei Jahre zurückdenke, denke ich mir nur, Alter Schwede, das Schulsystem in Deutschland hat total versagt. Sprivi, und was will Deutschland machen? Mich zurückholen? Na ja, aber du dürftest Deutschland zum Beispiel, wenn du es betrittst, das Hoheitsgebiet Deutschland, könntest du sofort verhaftet werden, wegen Steuerhinterziehung. Nehmen wir mal an, du hast ein gutes Verhältnis zu Mama und Papa, die leben beide noch, und einer von den beiden stirbt und du möchtest zur Beerdigung. Dann schnappen die dich am Flughafen und vertrauen mir, die kriegen sie sofort. Weil Steuerhinterziehung ist schlimmer, als wenn du irgendwelche Menschen umbringst oder vergewaltigst oder sonst irgendeinen Scheiß machst. Steuerhinterziehung ist das Schlimmste, was du in diesem Land machen kannst. 23. Essen. Hm, finde ich gut. Wer findet Essen nicht gut? Ich sehe nicht umsonst so aus, wie ich aussehe. Von daher, keine Panik, Qualmisch, ich zeige dir nicht den Baal. Von daher, wie gesagt, es gibt halt Sachen, da muss man einfach aufpassen. Ist mir sowas von egal. Komme nicht zurück. Gut, wenn du das wirklich so vor Augen hast, dann okay. Musst du aber gucken, dass Dubai keinen Auslieferungsvertrag hat mit Deutschland, weil sonst können auch die Dubayer dich zurückschicken. Zum ersten Mal gechattet. Gechattet. Brilli-Coin. Hallo, hab verschlafen, hab viel verpasst. Gell? Zum Glück kann man zurückspulen. Grüße. Äh, ja, später. Da kannst du es dir auch auf YouTube angucken. Heute Abend oder morgen. Ich weiß es noch nicht, wann ich das schaffe. Sprivi, nimm meine ganze Familie mit. Lass niemanden hier. Okay, dann klar. Deine Mama. Danke, MC. Wegen dir kann ich mich auf der Arbeit nicht mehr konzentrieren, weil du meinst, dass 1000 2027 zu wenigste ist. Ach, 2027, Junge, da bin ich schon bei über 10.000 mit XRP. Es tut mir ja leid, aber es ist so. Sitze ich immer mit den Taschenrechnern. Ach, du Schande. Tut mir ja leid. Ich kann einfach nicht anders. So, meine Lieben, es war mal wieder geil mit euch. Hat mich wieder mega gefreut. Wie gesagt, egal, was irgendjemand sagt, auch ich sage, recherchiert ein bisschen selber natürlich, weil es geht immer noch um euer Geld und es wäre schade, wenn ihr auf irgendeinen hört, besonders auch auf mich und ihr verliert dadurch euer Geld. Dann ärgert ihr euch. Ich ärgere mich sowieso immer, aber es geht immer um euer Geld in der Kryptowelt und da müsst ihr wirklich selber immer noch ein bisschen noch hinterherhaken und selber recherchieren. Nur weil ich das geil finde oder andere YouTuber sagen, dass es Schrott ist. Ihr müsst immer eure eigene Meinung haben und immer, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, recherchieren. Auch wenn es mal Stunden dauert oder mal ein paar Tage. Es ist halt so. Es geht um Geld. Spree, wir haben einen Freund gefragt. Der wohnt da. Ja. Blexi, Blexi. Mir war, dass es in Deutschland eine Auswanderungssteuer gibt und gut ist. Ja, aber nur für eine gewisse Zeit. Chris von Kryptow. Vielen Dank, mein Guter. Zu spät gekommen. Hörer. Ja, keine Panik. Ich nehme es ja auf und stelle es auch auf YouTube rein. Huwe, danke MC. War wie immer cool. Dankeschön. War ja auch geil mit euch wieder. Chris von Kryptow. Ciao in die Runde. Frankenstein. MC, wenn du deine 100.000 XRPs raushaust bei 1.000, kannst du dir locker einen eigenen MC-Insel kaufen. Dazu müsste ich erstmal noch 999.997 XRPs kaufen, weil ich habe nur 3 XRPs. und selbst ich werde es nicht durchhalten, das, was ich jetzt habe, meine 3 XRPs erst bei 1.000 Euro zu verkaufen. Das schafft keiner. Keine Panik. Man verkauft vorher schon. Und damit sage ich, auf Wiedersehen. Wie spät ist morgen Stream? Wenn ich Glück habe, schaffe ich das so zwischen 1940 und 1950. Sonst erst 22 Uhr, 23 Uhr. Und den Dreh. Und bis dahin sage ich, auf Wiedersehen.